Weißt du, dass wir jetzt in den Zeiten leben, über die bereits vor Tausenden von Jahren geschrieben wurde? Und die Verantwortung liegt gerade jetzt bei jedem einzelnen Menschen. Stell dir vor, du hast gesehen und weißt jetzt, was die Menschheit erwartet. Klimakatastrophen sind unumkehrbar. Aber vereint können wir als gesamte Menschheit überleben. Was würdest du persönlich tun, um andere vor den Zeiten der Wahl zu warnen? Die Zeit läuft ab. Und es hängt von unserem gemeinsamen Handeln ab, ob dies der Untergang der Menschheit sein wird. Oder unser neues Aufblühen. Jetzt hängt das Überleben der gesamten Zivilisation von der Wahl eines jeden Menschen auf diesem Planeten ab. Jeder sollte über diese Zeichen Bescheid wissen. Am 13. Juni Fakten-Kaleidoskop Folge 11 Die Zeichen der Endzeit Es ist Zeit, zu handeln.